so freunde willkommen mit seiner weiteren ausgabe versuche der findet die allianz werbung wir starten direkt durch mit den schnitzel jägern im archons friends verbund titan pflicht der titan ist bei zwölf sterne sechs angriffe beim allianz krieg ansonsten haken raus das heißt wir müssen die angriffe machen wenn wir aufgestellt sind wenn wir nicht daran teilnehmen können nehmen wir den haken ganz einfach raus tankfarbe ist wie der monat zählt also einfach dann je nachdem man das video sieht einfach mal gucken welche farbe hat der monat zählt dementsprechend ist es auch da die tankfarbe aktuell haben wir das ist aviana gelb also gelber tank womöglich wenn das alles so dann vielleicht ist es ja auch so dass wir sagen aber gelb haben wir jetzt nicht so krasse sachen vielleicht lassen wir geld mal trotzdem ausfallen oder was aber prinzipiell immer nach der tankfarbe oder nach der farbe des monat zählt laiengruppe gibt es auch ja da gibt es natürlich dann tipps und tricks und alles mögliche die id ins glück bei line ist lord frei bier das sind erst mal die informationen die wir haben und das sind auch tatsächlich erst mal so die informationen die erst mal ausreichen für das erste ja so dass man jetzt erst mal einen einblick hat okay titan müssen wir machen allianzkrieg ist freiwillig und wir haben den kontakt mehr kann es ja auch nicht mehr so wirklich hinschreiben da ist ja auch begrenzt dann geht man halt wie immer vorne guckt erst mal okay was was sind hier für leute wie stark sind die was haben die für helden was haben die für truppen welche team stärke und dann geht erst mal so ist erst mal so der erste gedanke pass ich da rein von der stärke her und den truppen her von den helden und so weiter ne einfach da einmal querbeet gucken und dann kann man sich schon mal kann man schon mal den ersten eindruck kriegen und sagen okay das würde wahrscheinlich hinhauen ich gucke da jetzt mal intensiver oder das ist schon echt krass der unterschied da von vielen wenn ich da hingehe gehört zu den ich sag mal fünf kleinsten das möchte ich dann auch nicht ich möchte schon mitspielen dann hat man das für sich schon praktisch ausgeklammert nichtsdestotrotz würde ich trotzdem anschreiben ja vor allem wenn es halt jetzt in dem fall um einen verbund geht wie den ich schon friends verbund weil wir haben ja in dem verbund ganz viele verschiedene stärken was heißt wenn man jetzt gleich merkt okay ja schnitzeljäger sind entweder zu stark für mich oder ich würde gern was stärkeres haben also sind dann vielleicht ein bisschen zu zu klein die schnitzeljäger in anführungsstrichen zu klein also man jetzt sagt ja ich will aber also top 500 oder sowas keine ahnung dann lohnt es sich ja trotzdem da auch mal hinzuschreiben wenn man jetzt sagt da würde ich irgendwie hin aber ich bin noch zu klein dann würde sich das in erster linie lohnen wenn man jetzt sagt da will ich gar nicht erst hin da lohnt sich natürlich nicht hinzuschreiben aber wenn man sagt ja würde ich gerne bin aber noch zu klein weil oder das und das passt mir noch nicht selber ich würde gern das noch verbessern um dann bei den schnitzeljäger anzufangen trotzdem anschreiben warteliste und die schnitzeljäger können ein dann ja auch erstmal weiterleiten sprich in eine andere allianz im verbund oder wenn halt manche allianzen im verbund haben halt auch zweitallianzen die zum aufbau da sind oder halt auch wo accounts geparkt werden wenn es eine aufbauallianz ist kann der kleinere spieler da natürlich auch rein und dann sich da verbessern um dann irgendwann in die allianz zu gehen wo er hin will oder man hilft sich halt untereinander wenn man weiß okay der spieler möchte zu uns ist aber noch zu klein oder wir haben gerade keinen platz wenn jetzt 30 von 30 wäre dann kann man gucken wer im verbund hat platz möchte der spieler dahin kann man das so ein bisschen organisieren wohlwissend aber schon mit dem hinweis der will zu uns aber wir würden ihn gerne im verbund halten würdet ihr den aufnehmen zu einer anderen allianz im verbund und wenn die dann sagen jo das passt spieler sagt jo das passt dann passt es am ende ja und dann geht der spieler da temporär hin und wenn er dann irgendwie so weit ist oder der platz frei wird dann sagt er okay ich wollte jetzt für den schnitzeljäger ihr wisst ja bescheid dankeschön dann geht er dahin oder er sagt hier ist es richtig cool ich würde gerne hierbleiben tut mir leid schnitzeljäger danke für den kontakt geht auch das ist also die die dynamik in so einem verbund prinzipiell rekrutiert natürlich jeder für sich alleine ja jede allianz möchte natürlich voll werden aber in solchen situationen wenn man halt merkt man wird den spieler sonst verlieren geht man natürlich den weg und sagt vielleicht guckst du mal da vielleicht ist das was für dich bist dann bei uns das freiwillig oder bist du stark genug bist also sollte es sein ist natürlich auch kein muss dass es so laufen kann aber vom prinzip her wäre halt die frage wenn man halt so von der allianz signalisiert kriegt ja das haut vielleicht jetzt noch nicht hin fragen gibt es denn eine alternative ganz einfach die schnitzeljäger prinzipiell sind eine truppe wo leute geld ausgeben aber halt auch viele nicht oder wenig das heißt egal welches budget man hat ob man überhaupt ein budget hat das spielt hier keine rolle hier kann jeder rein wir sehen halt wir haben leute die solche helden und defensiven okay pk macht da wieder quatsch sowas hier dann zum beispiel ne also da kann man sich ja so ein bisschen orientieren was die leute so haben wie das aussieht ja und dann so seine eigenen lehren daraus ziehen ob das ob das passt oder nicht aber prinzipiell sind ja halt auch viele leute dabei die wenig bis gar kein geld ausgeben was natürlich dann deutlich wichtiger ist ist halt tägliche aktivität also die sollte schon da sein man sollte halt schon ja den titan angreifen weil der ist ja pflicht relativ simpel ne also das ist so das mindeste was du in jeder allianz hast die aktivität ab welchem level suchen wir jetzt hier wir suchen ab level 40 so und das ist ähm das ist eine sache da kann man jetzt dann halt äh gucken okay ich bin jetzt level 40 für mich ist das auch in ordnung ich hab hier 43 48 hab so zwei in meiner in meiner gegend so ungefähr äh das passt und dann ähm würde das schon hinhauen wenn man jetzt selber sagt mit man ist level 40 ich würde schon gern so mit level 60 oder sowas ne also ich oder wenn die anderen noch deutlich schwächer wären als level 40 ich muss halt mitspielen oben dann ist es halt ein bisschen schwierig tut mir leid das war der anstandsnießer ähm ja also level 40 von der allianz her in ordnung ähm musste spieler als selber sich überlegen ne ähm krieg hatten wir schon freiwillig bei teilnahme die null ja also wenn man aufgestellt ist müssen die angriffe sitzen und man braucht 30 kampffähige helden kampffähige helden kommt halt aufs niveau an ne bei dem einen sind es äh kampffähige helden wenn die auf 480 sind in anderen allianzen kannst du fast mit limit break 2 helden äh musst du schon antreten also es kommt immer so ein bisschen drauf an dafür fragt man einfach die leute wie das niveau da ist ne und ob man dann am krieg mitmachen kann oder nicht da der krieg hier freiwillig ist wäre es jetzt sogar nicht so ganz dramatisch ich persönlich bin ja immer der meinung wenn du irgendwo hingehst neue allianz äh versuch an allem daran teilzunehmen wenn es aber nicht hinhaut dann ist es halt so ja aber zumindest die bereitschaft zeigen ähm die gegner 5000 bis 6000 der teamstärke also da muss man dann auch schon mal gucken äh ob man das so äh dann hinkriegt ne die sind ja alle dann so in dem dreh äh 5-2 oder auch 5-6 dann gibt es vielleicht auch mal den einen oder anderen der in die ja ich gehe aber in die richtung hier geht ne also alles alles querbeet es ist die kriege sind ja prinzipiell ungefähr angeglichen ausgeglichen äh deswegen also das was man bei seinen eigenen leuten sieht wird einem wahrscheinlich auch beim gegner erwarten so kann man es glaube ich ganz einfach sagen ähm ansonsten allianz quest mythischer titan wird teilgenommen es gibt kein konkretes ziel was man erreichen soll sondern einfach so aktiv wie möglich und so gut wie möglich ist einfach abschließen so dass man seine persönliche belohnung kriegt und dann schaut man halt einfach wo es hingeht mit der allianz und ansonsten ja die line gruppe haben wir schon angesprochen ja da wird dann natürlich auch geholfen wir haben drei plätze frei und äh müssen wir gucken dass wir die zeitnah dann voll kriegen ok gehen wir weiter so drachenkinder ok so die drachenkinder sind in der top 100 prinzipiell 200 5000 ja das sieht gut aus und ein spieler wird gesucht also das heißt im endeffekt ähm ist da ein spieler der gehen möchte woher möchte niedriger höher spielen will wie auch immer und für den suchen wir ersatz das heißt wer sich jetzt gleich angesprochen fühlt das könnte relativ schnell gehen ja wir haben den kontakt jester's view wo haben wir wo ist er ja anführer müssen wir uns immer angucken kennst du ja und balrog wurde genannt dann müssen wir da auch mal einmal gucken ok ja zitrusholz und pfefferflamme falsch geguckt scheiße so also ähm das ist erstmal hier die ausgangsbasis das heißt auch für uns es kann sein dass allianzen auch leute suchen das aber oben nicht ins banner schreiben weil sie es halt nicht wissen zum beispiel ne oder nicht dran denken ist da oben hin zu schreiben also auch da 30 von 30 immer anschreiben und fragen das kostet nichts ne mh da wir uns hier auf sehr hohem niveau befinden kannst du dir ja vorstellen es ist im endeffekt alles pflicht ja also die gegner sind stark du musst bei allem eigentlich ähm du musst nirgendwo der der krasse experte sein und der op spieler aber du musst halt in überall in überall genau du musst halt überall äh oder in allem relativ gut sein also ein multitalent praktisch für alles ja sei es halt ähm dass du mit 14 stern titan klarkommst die pflicht sind dass du auf hohem niveau kriege machen kannst da brauchst du natürlich dann helden für du brauchst truppen dafür hier brauchen wir zum beispiel mana truppen 29 23 17 mindestens 5 sterne truppen ja je mehr man hat desto besser je schöner ist es wenn man hier einfach mal guckt man sieht die leute haben diese 5 sterne truppen ja nicht alles komplett voll und nicht mehrere äh manchmal auch mehrere aber das sind halt auch nicht überall die passenden ja nur halt vielleicht mal so ähm gezielt aber hier sind die auch alle passend bis auf starwalker ähm also ne die sind jetzt keine pflicht aber mhm warte mal kurz so ähm die sind natürlich keine pflicht aber die 5 sterne truppen erleichtern das natürlich wenn man die passende truppe hat unter dem helden das das äh pusht den schon ein bisschen ne oder ordentlich nur ein bisschen mhm das hilft natürlich ja das heißt wir haben keine Vorgabe was für einen Sterne truppen angeht aber natürlich je mehr man hat und je höher die gelevelt sind desto besser ja müssen wir uns nichts vormachen ähm die 40 vollen 5 war ja um halt flexibel im krieg zu sein ne leines Pflicht das ist meistens so je höher man spielt ja desto wahrscheinlicher ist das ist eine Line Pflicht weil man halt dann viel außerhalb des Spiels auch kommuniziert sich hilft vielleicht auch mal ähm Helden zuschicken lässt um dann irgendwie äh neue Teams zu basteln oder irgendwie sowas ne also da ähm das bräuchte man schon es hilft auf jeden Fall und es nein ist nichts Schlimmes in dem Fall ähm man kann sich abmelden wenn irgendwie was ist also wenn man mal die Titan nicht angreifen kann oder wenn man mal am Wochenende den Krieg nicht machen kann dann einfach Bescheid geben und sagen hey hol mal hier einmal wird nicht ja die kann ich nicht mitmachen dann ist das in Ordnung ähm wenn es jetzt dann über längere Zeit geht dann muss man halt gucken ob man dann vielleicht rausgeht oder sich austauschen lässt oder sowas muss man dann mal sehen ja aber äh vom Prinzip her es ist nicht so dass man sich jetzt da irgendwie den Kopf machen muss ich muss ich muss ich muss man sollte es wäre schön aber wenn es halt wirklich nicht geht dann ist halt so ja solange man sich vorher abmeldet ist das erstmal alles gut ähm ja wenn du natürlich in der Top 100 bist dann ist natürlich auch so Allianz Christ mythischer Titan ne oder Monsterinsel das sind halt so Allianz Events da willst du natürlich auch da sag mal da abschließen wo du dich auch im Krieg befindest das heißt Top 100 Kriege Monsterinsel mythischer Titan Allianz Christ wahrscheinlich auch Top 100 und dann wird es halt ein bisschen knifflig ne da muss man bei der Allianz Christ schon 2,1 Millionen machen da muss man beim mythischen Titan je nachdem welche Farbe und welche Helden man hat und wie die anderen so drauf sind dann halt auch alle Angriffe machen sollte man ich meine ich selber mach es ja nie weil ich mit neuen Angriffen schon immer Top 1 bin und Allianz auch gut dasteht und sowas ähm kommt halt alles so ein bisschen drauf an und Monsterinsel muss man natürlich dann auch aktiv damit mitwirken damit das alles funktioniert also da muss man auch ein bisschen Zeit investieren und ähm ich denke das größte Problem bei der Top 100 ist halt einfach die Selbsteinschätzung also ähm diese Selbstzweifel wenn es nicht läuft weißt du das ist glaube ich so das größte Problem was den meisten Top 100 Spielern immer im Weg steht man sieht was man ausgibt und ähm denkt sich dann ja wie kann das sein dass ich ich sag jetzt einfach mal der 500 Euro im Monat ausgibt ähm im Krieg nur 100 Punkte schafft im Schnitt wie kann das sein und dann fängt man halt an zu zweifeln bin ich gut genug ist ähm will ich das Spiel überhaupt noch spielen und hier und da und dort da ist man sich selbst immer der größte Feind tatsächlich aber ähm so an sich ich sag mal so wenn man sich gewöhnt hat auf diesem Niveau zu spielen dann ist das nicht schwer das ist wahrscheinlich schwer wenn man reinkommt ja wenn man vorher nicht Top 100 gespielt hat sag ich mal so Top 600, 700 oder sowas dann wird man deutlich einen Unterschied merken aber da kann man sich ja auch langsam ranspielen ja man muss ja nicht direkt sagen ich muss alles One Shots machen und dann verkackt man reihenweise sondern man kann ja auch sagen ja ich äh gib mal ein, zwei Cleans oder sowas ist ja auch in Ordnung ja alles das was das äh Beste für die Allianz ist in dem Fall und äh ja also ne wir brauchen hier jetzt also natürlich je stärker der Spieler ist desto besser aber wir können hier auch mit Spielern arbeiten natürlich die äh vielleicht jetzt noch nicht das das ganz krasse Niveau haben aber ähm aktiv sind ähm kollegial kommunikativ und äh sich auch Gedanken machen über das Spiel und äh versuchen das Beste rauszumachen das ist ja auch schon einiges wert ja also deswegen hier es ist 30 von 30 aber sie suchen ein das was hier oben immer steht das ist halt immer gesetzt ja also wenn da steht einer gesucht dann wird einer gesucht ganz einfach gut okay Drachenkinder ja einmal abchecken da wird einer gesucht man kann es kann sein dass man ganz schnell da reinkommt so die Diamond Hunters eins zwei und drei ein Verbund so wie der ICHONS Friends Verbund und ähm schauen wir mal was wir hier so haben es sind auch drei verschiedene Stärken praktisch ja also einmal einmal stark einmal mittel einmal vielleicht ein bisschen kleiner so für zum Aufbau oder je nachdem muss auch nicht ein klein sein sondern es kann auch sein ambitioniert gechillt und sehr gechillt ne also es gibt viele verschiedene Unterschiede und ähm wir sehen halt hier Diamond Hunters 1 suchen ambitionierte Spieler das heißt wir brauchen hier Leute die halt ähm Bock haben auf gutem Niveau zu spielen ne und halt auch ähm ja sich einem Verbund anschließen wollen in dem Fall ne und hier ist es jetzt halt auch so wenn man jetzt sagt ja das wäre schon was für mich aber ich brauche noch ein bisschen Zeit um da vielleicht der Allianz dann so weiter zu helfen wie ich es gerne möchte ja kann man natürlich auch Diamond Hunters 2 oder 3 erstmal in Betracht ziehen und dann halt äh gucken dass man sich hochspielt praktisch ne der Vorteil ist auch ähm wenn man jetzt in der ersten ist zum Beispiel wenn man sagt ja ich will ein bisschen kürzer treten dann kann man in die zweite gehen oder in die dritte wenn man in der zweiten ist oder in der dritten und möchte höher spielen dann kennt man halt womöglich schon die Leute durch durch Line Chats ja und dann ist ist man nicht unbedingt der Neue ja man ist dann neu in der Allianz aber man kennt die Leute schon ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht ne das ist ja auch der Vorteil beim Verbund also beim Archons Friends Verbund oder generell bei irgendwelchen Allianz Verbänden wie zum Beispiel bei Seven Days ne du hast die Leute irgendwo schon mal gesehen so und dann ist das halt alles ein bisschen einfacher so die suchen ambitionierte Spieler wer doch du Teil der Diamond Hunters Familie Kontakt 2606 Marion ja das ist unser Kontakt für Diamond Hunters 1 und 3 wahrscheinlich macht sie auch zwei beziehungsweise kann dann zu zwei Kontakte herstellen ne das ist ja auch klar bei zwei sehen wir aber auch die haben einen separaten Kontakt aber wenn man jetzt rund um Diamond Hunters was wissen will ist wahrscheinlich Marion der perfekte Kandidat zum Anschreiben und den Kontakt haben wir da halt stehen wir haben zwei Plätze frei und was wird jetzt hier erwartet oder was wird gegeben wir haben eine 14 Sternen 14 Sternen Titan der Pflicht ist also das höchste was es was es gibt der Krieg ist freiwillig man kann dran teilnehmen muss aber nicht ich persönlich würde sagen ich würde gerne teilnehmen meins das schaffe ich und dann Helden zeigen Truppen zeigen und dann können die das einschätzen sagen ja kannst du auf 6 One Shots gehen oder 3 One Shots 3 Cleans oder nur Cleans wird man dann sehen wenn es soweit ist also je nachdem wie stark die einzelnen Helden sind ne dann wird man da so ein bisschen gecoacht sag ich mal was Sinn macht und was nicht der Krieg ist koordiniert das heißt Absprachen natürlich während des Krieges hier möchte einer den clean machen oder ich hab nicht mehr das perfekte Team für den nicht mehr keine Ahnung da steht ne Nautica und ich sag jetzt einfach mal übertrieben möchte ich jetzt nicht angreifen hat irgendjemand noch ne Eule im Team damit man Nautica so ein bisschen schwächen kann solche Sachen ja das sind ist halt einfach so normale koordinierte Absprache Allianz Mythischer Titan gibt jeder sein Bestes also da haben wir kein Ziel in der Hinsicht aber auch mit dir auch an nicht schlecht da haben wir keine Zielvorgabe das macht halt jeder so wie er möchte oder wie er kann in dem Fall der eine kann halt mehr der andere kann halt ein bisschen weniger da muss man dann einfach mal gucken wie das dann so aussieht aber vom Prinzip her ja wird man dann vielleicht sehen wenn es so weit ist dass man zur nächsten Belohnungsstufe nicht mehr viel nicht mehr viel Punkte braucht dass man dann vielleicht nochmal guckt ob der eine oder andere ein bisschen was kann aber ansonsten ganz gemütlich jeder jeder so für sich ja also wir haben auch hier keine Einschränkung was Helden und Truppen angeht ne das heißt auch hier einfach mal ein bisschen links rechts gucken was haben die Leute so wie sieht das aus Truppenhelden mäßig Teamstärke mäßig passe ich da rein ja nein zack dann fertig einfach mal ein bisschen links rechts gucken so Diamond Hunters 2 da sehen wir Line ID Reno-007 das ist jetzt unser spezieller Kontakt hier Spaß und Teamwork werden bei uns groß geschrieben wir suchen nur langfristige Spieler also keinen der mal eben so auf der Durchreise ist und sagt naja da wird jetzt in zwei Wochen was frei dann gehe ich jetzt mal hier hin klar weiß die Allianz vorher nicht man kann ja auch sagen ja ich bleib mein Leben lang jetzt hier und nach zwei Wochen ist man weg weiß geht alles muss halt jeder selbst für sich entscheiden wie er das angehen will ja seien wir mal ehrlich aber vom Prinzip her ist es natürlich so wenn man hier hin möchte sollte man auch schon zumindest im Plan haben längerfristig in diesem Verbund hier zu bleiben wenn man oder man spielt mit offenen Karten und sagt Reno ey ich würde gern irgendwann auf lange Sicht in die Erste ich bin aber noch nicht stark genug deswegen würde ich es gerne bei euch machen dann kann das sein dass Reno halt sagt ja okay oder ne wenn du sofort in die Erste willst dann und du bist nicht stark genug dann hast du Pech gehabt glaube ich zwar eher nicht aber theoretisch wäre es halt möglich wenn man sagt ne wir wollen wirklich Spieler die zu 100% hier bei uns spielen wollen ja ich meine ich hatte jetzt letztens auch rein habe ich nicht genommen weil ich halt wusste dass dieser Spieler in absehbarer Zeit ganz nach oben will so und dann wäre Hunting halt in dem Fall nur so ein Lückenfüller gewesen bis da ein Platz frei wird und da habe ich mir dann ne das brauchst du auch nicht du machst jetzt nicht machst jetzt nicht eine Baustelle zu um gleichzeitig während die zugemacht wird dir eine neue wieder aufzumachen und weiter zu suchen macht halt auch nicht so viel Sinn ja deswegen ich kann das schon verstehen aber ich denke mal wenn man sagt ich würde gern irgendwann in der ersten spielen dann ist das legitim und da kann man sich da ja auch absprechen ja dann sprechen sich Reno Marion ab und dann läuft das auch alles hier haben wir 12 bis 13 Sterne beim Titan das ist auch nicht schlecht ne einen freiwilligen Krieg und tägliche Aktivität die ist natürlich die muss vorhanden sein ja also Titan ist natürlich ist eine Pflicht habe ich ja gerade gesagt und dementsprechend muss man dann halt auch jeden Tag aktiv sein damit man den halt auch immer erwischt von der Stärke her kann man einfach mal ein bisschen rumgucken wie stark sind die jetzt die sind wahrscheinlich erfahrungsgemäß ein bisschen schwächer als die in der ersten aber es ist auch schön wenn man in einem Verbund verschiedene Stärken hat dann deckt man halt sehr viel ab ne und das ist halt hier der Fall und halt auch Seven Days Verbund Archons Friends Verbund und alle anderen wahrscheinlich sogar auch jo also hier haben wir drei Plätze frei das heißt auch wenn man jetzt sag ich mal zu fünft ist oder sowas und sagt ja wir kommen zu fünft wir haben drei die ein bisschen schwächer sind und zwei die ein bisschen stärker sind dann können die sich ja auch aufteilen zwei da drei da zum Beispiel ne und dann guckt man halt ob man man ist ja wahrscheinlich auch in gemeinsamen Line Gruppen oder in einer gemeinsamen Gruppe und dann steht man weiterhin in Kontakt und vielleicht kriegt man es irgendwie hin dass dann früher oder später dann alle fünf wieder irgendwie bei einer Allianz zusammenspielt ja aber das sind halt so Sachen das sind individuelle Fälle da muss man einfach mal gucken wie es läuft und dann haben wir noch Diamond Hunters 3 das ist halt eine ganz ganz gechillte Allianz ne hier ist alles alles gemütlich die Kriege sind koordiniert ja ähm aber es ist halt ähm ohne wirklichen Druck ne ohne dass du Helden haben musst Truppen haben musst und sowas du musst natürlich schon wenn du an Kriegen mitmachen willst äh 30 Helden haben um da mitspielen zu können ne es ist ja hier auch so was hier das ist ja das Wichtige was hier steht Absprache und Lernwille sind uns wichtig das heißt man hält sich an die Regeln wenn irgendwas ist sagt man Bescheid wenn man ähm Fragen hat stellt man sie natürlich ne das ist also hier für kleine Accounts die halt auch bereit sind ähm ein bisschen Zeit zu investieren um besser zu werden um dann halt irgendwann in die zweite oder in die erste zu kommen ja das ist ähm hier so das das Ziel also es ist praktisch eine Aufbauallianz und wir haben halt 18 freie Plätze so das heißt hier könnte man vielleicht auch mal Marion anschreiben die ist ja hier als Kontakt gelistet äh wie es aussieht gegebenenfalls mit einer kleinen Fusion ich schmeiß das immer nur in den Raum damit man damit man daran denkt ja also das ist ja so kleine Gruppen können ja rein Einzelspieler können rein aber es kann ja auch sein dass man sagt hier sind 12 da sind 12 wollen wir es nicht probieren so dann klärt man halt alles ab wie sieht es aus ne ähm haut das so hin haut das so hin und wenn das alles hinhaut dann schön dann probiert man es halt ne also ich will jetzt nicht sagen dass die auf Teufel komm raus hier eine Fusion wollen aber wenn man das Anliegen hat einfach mal fragen vielleicht haut es hin im schlimmsten Fall ist es ein Nein und das ist glaube ich jetzt auch nicht dann so dramatisch ja also das wird man dann auch überleben deswegen einfach mal anschreiben wenn man sich nicht äh 200% sicher ist oder wenn man vielleicht meint ja da könnte gegebenenfalls was raus werden dann ähm immer raus damit lieber einmal zu viel fragen als einmal zu wenig ne und ansonsten ja es ist zum zum Lernen wir sehen wir haben hier auch größere Accounts dabei ein paar kleinere ja so im 40er Bereich aber vom Prinzip her sind es auch äh schon größere Accounts die haben wahrscheinlich auch ein bisschen chilliger einfach spielen wollen heißt äh perfekt für kleine Leute also Neulinge Free to Play Leute ne reicht auch für Leute die äh nicht mehr so viel Zeit haben die Basics machen können aber nicht mehr so viel Zeit haben ähm ähm Leute die kein Geld mehr ausgeben ne also gefühlt kann hier eigentlich jeder rein für jeden was dabei okay gut dann äh würde ich mal eben einmal einen kurzen Break machen und dann sehen wir uns gleich wieder so wir machen weiter mit den Foreign Warriors T der dritten Allianz im ja The Foreign Warriors Verbund kann man ja schon sagen äh Allianz 1 2 und 3 ähm mit dem ja mit dem ähm Wunderspieler hier Level 20 das ist das ist schon also das ist das ist nicht nicht ähm nicht negativ gemeint mit Wunderspieler ja sondern einfach diese ja diese Ambition zu haben das als ein drittes Mal zu machen ja ich hab ja nur ein Account und wenn ich mir vorstelle Leute mit zwei Accounts sag ich schon immer what the fuck und dann gibt's Leute wie Connor mit einem dritten Account da denke ich halt das ist das ist halt schon schon echt hart ja aber ähm ich bin gespannt was da am Ende bei rumkommt tatsächlich weil ähm das ist schon interessant da immer mal so zu sehen was äh was damals alles so war was man so schön ist worüber man sich gefreut hat über die kleinen Dinge ja ähm ja bin mal gespannt ähm ja also das ist im Endeffekt im Verbund die kleinste Truppe die dritte Truppe ähm eigentlich dafür gegründet ähm für Leute die ähm diesem ganzen Stress und ich muss das und das haben um mithalten zu können entkommen wollen also so war zumindest so verstehe ich das das war ja auch mehr so ein Test wenn die Drachen kommen kann man das dann kann man so ein Account ohne Geldeinsatz auch irgendwie äh dadurch competitive machen irgendwie in irgendeiner Art und Weise oder wer keine Lust hat die Drachen intensiv zu machen oder wie auch immer geht hier rein wenn Schillig spielen will ne und ähm ja oder sind dann Leute von der zweiten von der ersten wahrscheinlich auch rein und dann halt viele neue aber wir sind halt im Endeffekt jetzt auch voll äh ich weiß jetzt nicht äh Conner lässt sich das ja immer so dass er sich einen Spot immer mal so offen lässt immer mal wieder ähm es kann sein dass er da äh den im Moment einfach offen lässt äh so dass er theoretisch jemanden hat der da reinkommt aber ist halt immer noch ähm ja ich im Moment für nötig nötig erachtet das voll zu machen wie auch immer ja deswegen äh an der Stelle einfach sagen wir hier auf Empire unterstrich Conner auf die Line ID verwiesen ähm ich hab jetzt tatsächlich als ich äh äh war das war das bei dem 3.0 Video da hab ich auch in den Kommentaren unten gesehen da hat einer geschrieben hey ich hab kein Line ähm wenn aber demnächst zwei Plätze frei sind würde ich da gerne mit meiner besseren Hälfte hin so geht's natürlich auch ja wenn man kein Line hat dann ist natürlich die Aufnahme über YouTube die ähm beste Variante ganz einfach ne das äh hab ich auch immer mal wieder gesagt oder auch wenn man ähm so hunting will oder sonst was und hat kein Line ähm primär dann die Aufnahme irgendwie über über YouTube oder sowas wird natürlich ein bisschen ein bisschen knifflig dann am Ende wenn denn die Person kein Line hat wir hatten jetzt einen Spieler bei uns er hatte Telegram und hat sich für uns dann Line runtergeladen ja also ähm es geht aber es muss halt nicht immer irgendwie vorausgesetzt werden dass Leute das alle so machen ne äh ja jedenfalls dritte Truppe ähm ne ne Mischung ne also ähm von starken Accounts wenn ich mir das hier so angucke das ist schon ziemlich äh ziemlich gut für Level 58 auch ne so sieht sehr schick aus wir haben auch äh boah ich glaube Arminia ist auch schon eigentlich eine der ich glaube das ist so ein Account der schon angefangen hat bevor ich überhaupt gespielt hab oder so schon auch ganz lange dabei ja ähm diverse Top Allianzen sind glaube ich auch schon durchgehabt ähm ja warum nicht und wen wir natürlich auch kennen ist hier die Nase ja äh Raghi hat sich da reingemogelt das ist mir natürlich nicht in Gang Raghi ja also was denkst du eigentlich ich krieg schon mit wo die Leute so hingehen ähm ja also da sind einige Leute auch dabei die die Erfahrung haben ganz oben zu spielen oder sehr weit oben zu spielen und ähm das ist natürlich auch dann sehr gut für Tipps und Tricks ne aber in dem Fall möchte ich da gar nicht irgendwie weiter äh rum rum äh rödeln hier weil äh das sind alles Sachen die die man am Ende des Tages Connor fragen kann also das ist hier ist es im Endeffekt gibt es die Allianz für entspanntes Zocken gedacht mit äh wenig Verpflichtungen ein paar sind natürlich da ne wie äh schon äh den Titan anzugreifen und sowas alles ähm Allianz Mythischer Titan macht jeder so wie er kann ist natürlich klar ne das in kleinere Counts äh hier Hölden Rippchen oder Bane ähm ähm dass die natürlich jetzt nicht so viel machen können äh wie Ragi oder Arminia oder Firewolf oder wie auch immer ne also da macht jeder so wie er kann ähm Krieg ist freiwillig also wirklich ähm wir haben hier keine krassen Truppenhelden Anforderungen ne das ist halt ähm Connor macht ja auch mit beim Krieg ne mit seinem dritten Account ähm aber man sollte halt schon gucken dass man halt äh schon so Helden hat dass man zumindest äh mit 5 Helden immer angreifen kann also 30 Helden sollten schon da sein ähm wie das dann aber alles im Detail ist das wird man dann ja sehen ja ähm deswegen da einfach mal keinen Stress machen und einfach mal ähm einen Connor anschreiben der wird da deutlich mehr zu sagen können das ist halt wie gesagt für jeden eigentlich jetzt geeignet mittlerweile weil die erste und zweite ja doch schon äh sehr weit oben spielen und das hier halt für Leute ist die die ein bisschen chilliger spielen wollen und nicht nicht auf auf krassem Niveau oder vielleicht auch sagen jetzt wenn das mit den Drachen kommt dann werde ich sowieso chilliger spielen dafür wäre es halt im Endeffekt ja also ich habe alles gesagt was ich dazu sagen will im Endeffekt der Rest würde sich jetzt nur noch wiederholen deswegen ähm kontaktierend den Macher himself und frag da einfach mal nach vielleicht ergibt sich ja auch irgendwas in den in den anderen beiden Allianzen ne hier Cordy ist zum Beispiel voll da ist auch nur noch ein Platz frei kann natürlich auch sein dass das der Anstandsplatz ist ja dass der äh sowieso zeitnah auch vergeben wird wird man sehen ja deswegen einfach mal fragen und dann hat man halt auch die Möglichkeit irgendwann auch äh höher zu spielen ne wenn man da halt in so einem in so einem Trio ist in so einem kleinen Verbund wie auch halt mit den Diamond Hunters ne da ist natürlich dann immer Aufstieg aber auch natürlich Abstieg möglich wenn man sage ich will ein bisschen ruhiger spielen so gehen wir weiter New German Assassins Archons Friends verbunden nur aktive und loyale Member gesucht Pit 0901 unser Kontakt Teamstärke 6000 ab Level 60 Titan 14 Sterne Krieg freiwillig zwei Plätze frei bumm also im Endeffekt alles Wichtige was du brauchst um hier ähm den ersten Eindruck zu kriegen beziehungsweise auch was am Ende des Tages hier zählt wenn wir mal hier gucken wir gucken natürlich erstmal wieder oben bei den Verrückten ne da sehen wir die ganzen Guten ganzen Guten weiter unten sehen wir auch die die Guten da sind die Truppen aber einen Tacken kleiner ne vielleicht nicht die wo das sind auch hier alles aktuelle Helden alles gut also da kann man sich auch da mal so ein bisschen ein bisschen durchklicken und dann äh ungefähr feststellen okay ist das mein Niveau ist das nicht mein Niveau ähm es kann ja auch sein dass man das hier alles erreicht ja also 6000 und Level 60 aber man selber feststellt selbst damit gehöre ich ich sag mal 28 Leute wäre ich so stärkemäßig sag ich mal auf Platz 22 als Beispiel dann kann man ja natürlich immer noch sagen ja das ist mir aber ein bisschen zu wenig ich würde schon gern stärker in einer Allianz dastehen dann würde ich da trotzdem mal hinschreiben auch wenn man seine Zweifel hat aber diese diese Vorauswahl dieser erste Eindruck ne da muss man dann halt mal ein bisschen gucken sich die Leute angucken und dann kann man für sich wahrscheinlich schon rausfinden ist was für mich oder womöglich ich frag mal an oder jo das ist was für mich der schreibe ich jetzt direkt hin wenn man natürlich von vornherein weiß ne die sind mir zu stark oder die sind mir zu schwach dann braucht man natürlich nicht schreiben ne aber meiner Meinung nach ist es halt immer gut besser einmal zu viel oder einmal zu wenig und dann ähm kriegt man ja seine Antwort ne so gehen wir mal ein bisschen ins Detail 14 Sterne Titan Pflicht bei denen den Leuten nicht wirklich äh verwunderlich ja Krieg ist freiwillig das sehen wir da oben auch ähm Teilnahme wäre aber wünschenswert also überall wo es heißt ist freiwillig Klammer auf wäre aber schön wenn du daran teilnimmst Klammer zu wenn man aufgestellt ist dann sind die Angriffe aber Pflicht dann muss man sie machen es gibt Momente wo man die dann nicht machen kann wenn weiß ich nicht man ins Krankenhaus muss oder so ja aber ich weiß ja nicht das passiert einmal und nächstes Wochenende passiert es wahrscheinlich nie nochmal ja also das sind dann auch so Sachen ähm sowas kann mal passieren aber wenn man halt ich sage jetzt mal übertrieben gefühlt jedes zweite Wochenende ins Krankenhaus muss wird es halt irgendwann unglaubwürdig ja deswegen ähm ist das halt so eine Sache sollte man drauf achten wenn man halt aufgestellt ist sollte man zusehen dass man die Angriffe macht wenn nicht ist halt nicht geil aber wenn man halt früh genug auch merkt okay das das wird halt irgendwie nichts oder ich habe vergessen mich rauszunehmen Bescheid geben damit die das wissen ganz schlimm also noch schlimmer als Angriffe stehen lassen ist Angriffe stehen lassen und zu tun als wäre nichts gewesen und hoffen dass keiner einen darauf anspricht das ist das Schlimmste was man machen kann deswegen wenn man wenn man es auch vergessen hat ja wenn man einen Fehler gemacht hat da zu stehen und sagen okay hier tut mir leid sorry habe vergessen mich rauszunehmen kann die Angriffe nicht machen oder ich habe die Angriffe echt vergessen kann passieren sollte nicht kann also dementsprechend es kommt auch darauf an wie 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 die Situation ist sodass die dann auch vielleicht auch dann sagen ja okay alles klar passiert mal aber gut dass du dich gemeldet hast oder wenn du halt nichts sagst dann kann es auch sein dass die gar nicht irgendwie nachfragen sondern dich direkt rausschmeißen halt auch halt nicht die feine Art einfach nichts zu machen und zu tun als wäre nichts also Angriffe wenn man aufgestellt ist machen wichtig es gibt eine Hauptangriffswelle wann die ist wird man sehen ja wenn man da drin ist wir haben lila Tanks das ist vielleicht noch ganz wichtig und ja wenn man wenn man Tipps und Tricks braucht während des Krieges oder generell beim Leveln die Leute sind ja da also sind ja auch sieht man ja auch über Level 100 96 also im 90er Bereich 80er Bereich 70er Bereich die können einem halt auch schon helfen Krieg und halt auch was man leveln sollte was vielleicht gut funktioniert ne sowas halt alles Line sehen wir ja mit Pit 0901 ist vorhanden wäre auch gut wenn man es hat weil die halt auch außerhalb also außerhalb vom Ingame Chat schreiben ist halt immer ganz nett wenn man überall irgendwie so ein bisschen mit dabei ist ne Mythischer Titan Allianz Quest sollten gemacht werden ja es gibt keine Vorgabe aber ja man sollte schon ein bisschen Zeit investieren und das alles einfach mal machen dauert ja nicht Allianz Quest je nachdem wie ernsthaft man es macht dauert es ein bisschen länger aber man kann es ja auch immer mal wieder zwischendurch machen genauso wie im mythischen Titan hat man ja auch für die Angriffe Zeit also das sollte eigentlich sein wenn man jetzt nicht alle 12 Angriffe an einem Stück macht dauert das ja auch sonst nicht nicht so lange genau Anforderungen Teamstärke 6000 ab Level 60 wenn man jetzt Teamstärke 5800 hat und Level 55 ist trotzdem anschreiben das sind Richtwerte man muss ja irgendwas festlegen aber das ist natürlich auch so ein bisschen dass man es aufweichen kann also es ist nicht in Stein gemeißelt deswegen wenn man sagt ja ich bin da schon so ansatzweise dran dann einfach mal anschreiben im Endeffekt wird Pit einem ja dann sagen was Sache ist und wir haben halt hier eine Zweitallianz die aber eine Urlaubsallianz ist also hier ist es jetzt nicht so dass wir eine Zweitallianz haben wo man dann hingehen kann um sich zu verbessern oder sowas sondern das ist halt wirklich eine eher inaktive Allianz wo Leute halt ihre Accounts parken oder halt wenn sie im Urlaub sind da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen geh dann dahin um dich dann zu verbessern da würde ich dann die Karte des Verbundes ausspielen und fragen hey jo Pit hast du denn nicht vielleicht in Kontakt wo ich hingehen kann in der Zeit ja und dann kann man da einfach mal schauen ob das ob das hinhaut ja haben wir noch irgendwas eigentlich jetzt so erstmal nicht 149.000 ja also wie gesagt dieses an den Gegnern orientieren an den Gegnern orientieren was sie so haben ne Heldentruppen Teamstärke und sowas und dann wird man da schon sehen ob man da gut reinpasst wenn man jetzt die Sachen hier erfüllt dann ist man ja erstmal prinzipiell auf einem guten Weg sodass die Allianz hat ja oder passt wenn man jetzt selber diese Stärke hier hat und selber findet ne ich bin zu schwach dann schreibt man halt auch gar nicht das hin oder man schreibt hin und sagt guck mal hier ich erfülle das zwar aber meiner Meinung nach bin ich nicht stark genug was meint ihr denn das wäre eigentlich der Weg den ich bevorzugen würde weil ich weiß ja nie da sie ja Platz haben kann es ja auch sein dass man dann dann vielleicht doch reinrutscht auch wenn man vielleicht geplagt ist von Selbstzweifeln aber die sollte man relativ schnell ad acta dann legen und das geben also New German Assassins haben wir zwei Plätze drei so Clan of the Tentacle mit Kotoka und dem Team mit Zinn so Kotoka hier ganz oben meistens ist er das hier wurden die Monatshelden gelevelt ne er war ja kein Monatsheld stimmt er war ja ich hab mich jetzt ganz kurz mit Bo und Runt vertan warum auch immer er ist ja Halloween Dude so also Allianz ist offen Allianz ist offen hat zwei kann zwei Gründe haben zum einen jeder kann rein oder halt also das das ist primär kann man es vermuten dass jeder rein kann da ist es aber dann auch so weil da kommt dann nämlich Variante 2 das ist womöglich offensichtlich ist ab welchem Level man rein kann dass man halt appelliert dass der Spieler einfach mal guckt ne also einfaches Beispiel alle Accounts sind Level 100 dann weißt du dass du mit dem Level 30 Account da wahrscheinlich nicht rein passt oder keinen Spaß haben wirst auch wenn die Allianz auf offen ist du könntest zwar rein aber es macht halt eigentlich null Sinn ja und hier ist es tatsächlich so wir haben hier Level 100 wir haben hier Level 54 ähm genau 43 bis 43 gehen wir hier so das heißt das kann jetzt entweder sein jeder kann rein oder ab Level 40 ne und ähm wir haben hier das ist ein kleiner Spoiler wir haben jetzt hier keine Level Angabe so das heißt sowohl als auch ich persönlich würde halt dann sagen ich empfehle ab Level 40 damit man halt schon ein bisschen mitschwimmen kann anstatt hinterher zu schwimmen aber prinzipiell ist die Allianz auch damit einverstanden wenn Leute reinkommen die vielleicht angefangen haben mit dem Spiel die ähm jetzt gerade so in der Phase sind okay ich werde das Spiel weiterspielen ne also sag ich mal so ab Level 20 oder so das das muss aber dann der Spieler selber wissen dass er halt Rückstand hat ne und ähm für manche ist das okay für manche nicht das liegt aber dann allein am am Spieler hier sieht es so aus als würde einfach jeder reinkommen können der rein möchte heißt also wir sprechen hier jeden an vom Anfänger bis free to play bis ich hab nicht so viel Zeit mach aber die Basics bis hin zu ich geb kein Geld mehr aus und will kürzer treten und suche jetzt noch was chilliges jeder kann hier rein ja und äh das sehen wir halt auch dann ähm tatsächlich wie das alles aufgebaut ist also es ist eine Freizeitalianz wo halt der Titan freiwillig ist er befindet sich hier bei 12 bis 14 Sternen also sagen wir mal so im Schnitt 13 Sterne für 28 Leute mit kleineren Accounts ist das schon sehr gut ja das zeigt dass obwohl der Titan freiwillig ist dass sie nicht nur 5 angreifen das gleiche ist im Krieg ist freiwillig gibt eine freie Tankwahl optimal wäre Lila wenn man es nicht hat ist nicht schlimm ähm es gibt eine Kriegszeit also wann wann sie wahrscheinlich häufig angreifen oder wann viele angreifen das ist aber alles nicht in Stein gemeißelt also wenn man jetzt sagt ja Titan äh mach ich ist kein Thema aber Krieg kann ich zum Beispiel am Wochenende nicht weil wegen Arbeit weil wegen Familie oder weiß der Geier was ja dann ist das okay sollte man vielleicht kommunizieren damit die anderen das wissen aber ähm es ist meistens so dass bei freiwilligen Kriegen so im Schnitt so 2-3 Leute pro Krieg immer unterschiedliche Leute nicht können also wenn wir jetzt hier 28 sind haben wir wahrscheinlich im Krieg 25 Leute ja aber auf jeden Fall nicht 10 so und ähm ja wer halt jetzt wirklich ganz äh dolles Augenmerk darauf legt dass der Krieg Pflicht ist äh sollte vielleicht einfach mal wenn er hier ist dann mal fragen wie sieht denn Kriegsbeteiligung aus ich war vorher in einer Allianz da waren 20 Leute 5 haben dran teilgenommen ähm ich hätte aber schon gerne Kriege mit mindestens 15 Leuten oder sowas dann kriegt man seine Antwort und dann kann man halt immer noch die Konsequenzen daraus ziehen ob man dann bleibt oder halt nicht ja Laien ist nicht angegeben weil die Allianz für jeden offen ist und zugänglich ist und ähm dann könnte man nach nach Laien fragen also Kotoka hat meine ich Laien und ähm ja das passt dann für den Krieg wenn man mal darauf zurück zu kommen kann man natürlich mitmachen klar jederzeit man sollte aber 30 kampffähige Helden haben also 30 gelevelte Helden was kampffähig ist kommt halt aufs Niveau an da müsste man Kotoka einfach mal fragen ähm was er sich da so vorstellt oder halt seine Vizeleute die da für zuständig sind ähm kann man sich auch denken Allianz Christ mythischer Titan nach eigenem Ermessen also da gibt es keine Vorgabe wie stark man sein muss oder was man besitzen muss deswegen da ganz gemütlich einfach ähm sein Bestes geben und sein Bestes versuchen da wir ja hier sehr offen sind was ähm die Beteiligung angeht sagen wir mal ne ist es ja auch so dass äh jeder halt natürlich auch Mitspracherecht also das heißt wenn ihr jetzt Kotoka sagt so Leute wie sieht's denn aus sollen wir mal den Titanen Pflicht machen sollen wir mal einheitliche Tankfarbe machen sollen wir den Krieg als Pflicht machen oder weiß der Geier was dann kann jeder da mit bestimmen und sagen ne hör mal Titanen freiwillig ist schon ganz cool lass das mal so oder ja doch sollten wir mal machen bisschen Zug hier reinbringen zum Beispiel kann jeder selber entscheiden jeder hat da eine eigene Stimme jeder kann da was zu sagen natürlich in den anderen Allianzen die wir in diesem Video bisher hatten und die Allianz die noch kommt die Hand haben das natürlich genauso ja man muss ja auch auf seine Leute hören aber vom Prinzip her ähm kann halt jeder da da mitbestimmen oder jeder kann einen Vorschlag irgendwie reinwerfen muss ja nicht Kotoka sein der das anspricht sondern keine Ahnung hier Embargo Embargo sagt hey wollen wir nicht mal einen anderen Tank nehmen eine andere Tankfarbe Lila kann ich nicht mehr sehen lass doch mal Blau versuchen oder sowas alles möglich und dann stimmt man darüber ab und dann fertig Kibi was suchen wir genau äh wir suchen langfristige deutschsprachige Spieler ähm deutschsprachige Spieler heißt jetzt nicht äh prinzipiell äh deutsche Spieler sondern halt einfach Spieler die sich auf Deutsch kommunizieren können ja die äh wenn du denen irgendwas erklärst dass die es auch nachvollziehen können äh es reicht wenn wenn man gebrochen Deutsch schreibt oder sowas ne solange die anderen verstehen was man will ist alles gut und ähm man muss da jetzt kein kein perfektes Deutsch hinschreiben oder kein perfektes Deutsch verstehen und kann auch nachfragen ne das sind ja alles alles so äh normale Dinge sag ich jetzt mal ne aber man sollte zumindest ähm wissen wie man sich auf Deutsch zumindest in den in den Basics sag ich mal artikulieren kann das ist schon hilfreich wenn man in der deutschen Allianz spielen will ansonsten Stärke ist egal Level ist egal also egal wie stark du bist was du für Helden hast was du für Truppen hast du kannst hier rein wenn du selber der Meinung bist dass das Niveau für dich gut ist von den anderen Accounts her und so ne ansonsten Line ist freiwillig deswegen ist es halt auch nicht angegeben ne aber wenn man halt möchte ingame einfach fragen dann kriegt man da auch den Kontakt und wenn man 5 Tage offline war ohne sich abzumelden wird man rausgeworfen wir haben 2 Plätze frei dementsprechend könnte das schnell gehen weil solche Allianzen wo halt im Endeffekt jeder rein kann sind natürlich auch immer begehrt ist ja klar weil wenn du keine krassen Voraussetzungen brauchst dann ist das halt immer eine Alternative so eine Allianz deswegen schaut da definitiv mal rein beziehungsweise wartet nicht zu lange wenn ihr da überlegt es könnte zeitnah weg sein dann kommen wir zur letzten Allianz Götter und Titanen im Archons Friends Verbund mit 3 freien Plätzen sehr gegrüßt deutsche Kämpfer vom Papier her haben wir keine Chance aber die nutzen wir ach so ja das ist die Giftpfeile werden rüber geschossen Favoritenrolle wird hin und her geschoben so 3 Plätze frei Allianz ist offen so ja das ist hier das werden wir jetzt hier so ein bisschen mal ein bisschen mal aufdröseln das heißt ja vom Prinzip her Allianz ist offen hatten wir gerade auch entweder jeder kann rein oder ab einer bestimmten Stärke oder Level wie auch immer und wir sehen jetzt hier Kleinstes ist jetzt 51 und sonst sind alle so im 60er Bereich ungefähr das heißt ich würde jetzt prinzipiell einfach mal in den Raum werfen das ist ab Level 50 wahrscheinlich prinzipiell wenn man normal spielend ist schon ausreicht also da ab da kann man anfragen weil alles was da drunter ist da haben die anderen zu großen Vorsprung und das wird halt ein bisschen ein bisschen schwierig ja das wäre jetzt erstmal so meine meine erste Einschätzung und meistens liege ich damit ja auch gar nicht mal so verkehrt weil ich ich stapel lieber ein bisschen bisschen hoch ja damit dann die Leute die dann reingehen sagen ja so was der da erzählt hat so schwer war es gar nicht oder ist es gar nicht das ist mir lieber und die dann auch bleiben als wenn man dann sagt boah hätte er das mal lieber gesagt dann wäre ich gar nicht erst hier hingegangen und gehen wieder ne deswegen ich stapel immer ein bisschen hoch nicht abschrecken lassen ich will immer nur auf mögliche ähm also sagen in Anführungsstrichen Gefahren hinweisen ja woran das eventuell scheitern könnte nein ich muss so häufig natürlich so also wir haben 13 bis 14 Sterne beim Titan der ist nicht Krieg freiwillig auch erstmal gut ähm wir haben natürlich Strategien im Krieg ja es wird auch die Defensive vorbereitet es wird geguckt steht der und der Held richtig machen die beiden Helden Sinn ähm und dann natürlich auch was haben während des Krieges was haben wir für offensive Teams kann man da irgendwas umstellen ähm ne da sind Leute dabei die sich damit beschäftigen die darauf Bock haben die Leuten helfen also da ist man auch im Krieg sowohl in der Vorbereitung als auch währenddessen nicht allein wenn man irgendwelche Fragen hat Allianz Quest Mythischer Titan ist das Ziel die Top 1000 es ist natürlich einfacher wenn man dann 30 ist und nicht mit 27 ne aber das ist erstmal so das Ziel man muss also schon ein bisschen was machen aber halt auch nicht so extrem krass spielen und sich verausgaben um das zu erreichen natürlich je nachdem was man für eine Basis hat so und das erstmal wichtig ist dass man eine Defensive hat wir haben jetzt hier natürlich auch Leute die so ein bisschen auch womöglich Pokale droppen oder halt auch keine offensiven Rates im Moment gemacht haben ne wichtig ist dass die Defensive 2400 Pokale also Platin Liga halten kann dann ist die Defensive erstmal schon mal gut ne das ist erstmal so die eine Sache das Level hier prinzipiell ist egal also ob man jetzt Level 20 ist 30 ist oder 100 ist ist erstmal nicht ganz so wichtig was viel wichtiger ist sind Spielverständnis und Helden so es gibt Accounts die haben mit Level 30 und Level 40 schon richtig krasse Helden weil sie halt am Anfang beschwören um halt schnell hochzuleveln und aufzuschließen ne also das heißt wenn jetzt hier einer kommt der Level 30 ist und hat schon eine 6000er Teamstärke ja der kann dann natürlich auch rein also scheißegal ob Level 30 oder nicht das ist eine Sache Spielverständnis ist eine andere Sache also wie kombiniere ich was um es halt möglichst effektiv zu machen da ist es zum Beispiel egal ob die Spieler Free to Play oder Pay to Win sind ja also es können auch ich meine Free to Play Leute wenn die bei der Kostümkammer beschwören und dann ein paar Tuns kriegen und sich dann selber 4 Sterne und 5 Sterne ausbilden also 5 Sterne natürlich mit viel Glück dabei aber die Option wäre da kann man sich das alles selber ausbilden und dann kann man so eine ganze Tun Armee machen ja dann spielt man ich sag jetzt mal 3-2 mit weiß ich nicht 3 mal Liana im Tun und 2 Kirils im Tun oder sowas keine Ahnung ja damit kann man auch schon ordentlich Rambazamba machen und man muss ja nicht auf 6 One Shots gehen oder sowas man kann ja dann auch wenn man Free to Play ist ist es natürlich auch so sinnvoll da mal ein paar Cleans zu machen wenn die anderen schon stärker sind ne aber Spielverständnis ist natürlich ganz ganz wichtig ja also da wie gesagt da ist es gar nicht schlimm ob man dann Free to Play ist oder nicht natürlich sind Accounts die Geld ausgeben und halt auch Spielverständnis haben das ist natürlich so das Optimale ja weil die haben dann auch möglichst neue Helden und haben bessere Chancen dann zu One Shotten und so weiter und so fort aber das muss nicht sein müssen wir hier nicht auf Teufel komm raus irgendwie forcieren sondern das reicht auch wenn man Free to Play ist es gibt viele Unmengen viele Free to Play Leute die auch ordentlich was am Kasten haben was mit dem Spielverständnis auf sich hat ja und dementsprechend klar bei manchen Sachen wissen sie es vielleicht nicht weil sie gegen solche Helden noch nicht gekämpft haben die noch nie gesehen haben oder so ne und selber halt auch nicht besitzen und testen können aber keiner von uns weiß alles ja dementsprechend ist es hier also egal welches Level wir haben sofern das Spielverständnis stimmt und halt auch die Helden bei Free to Play Leuten ne dann da ist es dann halt auch Spielverständnis wie kann ich mich da am besten einbringen mit mit Cleans oder dann auch mal noch ein zwei One Shots versuchen das ist alles kein Problem aber man sollte halt schon so ein bisschen ein bisschen fit sein in dem Spiel sagen wir es mal so ne und das ist natürlich der Optimalfall ne das ist das ist halt klar wir haben und das ist halt dann auch ein Vorteil für die Leute wir haben keine Einschränkungen durch Helden oder Truppen so das heißt natürlich Spielverständnis und Helden sind wichtig aber hier wird jetzt nicht gesagt du brauchst mindestens so und so viele Helden mit Limit Break 1 oder sowas um hier irgendwie was reißen zu können ne das wird alles individuell sich halt dann angeguckt ja da wird dann vielleicht auch mal ein bisschen mit dem Spieler gesprochen was er so was dem so vorschwebt wie er sich so selber einschätzt was er so für Teams da hat und so was er da plant wie auch immer ne und dann kriegt man ja auch so ein bisschen das Spielverständnis mit das es bringt nichts wenn hier jetzt einer hinkommt der gefühlt alle Helden hat aber halt überhaupt nicht weiß was er damit anstellt der einfach irgendwas dahin schmeißt ja das sind schon starke Helden gewinne ich schon irgendwie mit und dann halt mal nicht gewinnt ne und das bringt halt nichts also du kannst auch mit sie nehmen lieber einen der weiß was er tut und vielleicht deutlich ausbaufähig ist bei den Helden als jemanden der viele Helden hat und starke Helden aber überhaupt gar nicht weiß was er da tut so kann man es glaube ich am einfachsten veranschaulichen ja und die andere Einschränkung neben den Trophäen halt und dass man halt Spielverständnis haben sollte sind es halt noch dass man Ü18 sein soll also volljährig in dem Fall so und davon von dem was wir jetzt gerade gehört haben brauchen wir drei Stück drei Leute ja ähm bietet sich natürlich an eine kleine Gruppe ja so ein Trio natürlich Einzelspieler auch müssen wir einfach mal schauen wie wir das da hinkriegen und dann wäre man im Archons Friends Verbund bei Götter und Titan ist jetzt nicht so also ich würde mal sagen das Spielverständnis kommt wenn man das Spiel regelmäßig spielt ja da muss man jetzt nicht äh irgendwelche krassen Sachen sich anlesen oder YouTube durchwälzen was es da alles für Infovideos gibt ich denke das ist so Learning by Doing wenn man das Spiel konstant spielt über einen gewissen Zeitraum dann weiß man wie es läuft dann weiß man auf was man was man sich einstellen muss das heißt wenn Luna an ist und der Heiler der eigene Heiler ist am Start dann weiß man dass einer von den dreien auf jeden Fall den Heiler trifft andersrum würde deine Luna niemals den Heiler im entscheidenden Moment beim Gegner treffen das sind halt alles so Dinge das weiß man dann mit der Zeit und kann sich darauf einstellen und dadurch wächst dann natürlich auch dann halt in gewissen Situationen das Spielverständnis welche Helden passen gut zueinander und so weiter und so fort ja und solche Spieler suchen wir hier konkret drei Stück und damit wäre ich fertig mit diesem Video vielen Dank fürs Zuschauen schaut dann mal bei Götter und Titan vorbei und bei den ganzen anderen Allianzen auch die wir in diesem Video gesehen haben guckt euch da mal um und dann werdet ihr auf jeden Fall schon was finden ansonsten das nächste Video steht schon wieder vor der Tür und da haben wir dann wieder andere Allianzen also es wird auf jeden Fall was dabei sein vielen Dank fürs Zuschauen macht's gut ciao ciao